Also egal wo du hingehst, egal in welches Gebiet, du hast überall Hunter-Bots. Allein hier sind jetzt drei. Guck mal, die laufen alle den gleichen Weg lang. Drei, ich glaube einer war noch vorne. Also hier sind, ich denke das werden alle Spots sein. Hier sind vier. Allein in dem Gebiet hier. Die Frage ist, was die fahren. Weil eigentlich sind die Mobs relativ low für die. Da ist der nächste. Bild.